Schnitt und dann weiter mit dem Bosskarten im nächsten Video Gräuzen im Gebirge um den Orangenhals zu fassen Ach Bosskämpfer Was? Was sind denn einer Kugel? Oder muss ich hier halt mit den Steinen arbeiten? Gibt das Rätsel noch keinen Grund Aber es hat irgendetwas mit diesen Oh ja Könnte sein, dass es diese Steine sind Dass ich die nutzen muss Eieiei Das tat weh Und das auch Okay, jetzt habe ich beide Steine Okay Die haben schon an bedeutet Also ich muss alle Steine berühren Und wenn er sie berührt hat muss ich warten, bis die Steine sich erholt haben Eins Langer komme ich da Oh Gott Er hat einen Stein Jetzt hat er zwei Jetzt muss ich alle drei Steine von ihm entlocken Oder erst mal entlocken lassen Oder erst mal entlocken lassen Ja, ich berühre die einfach mal Oh Okay Nochmal von vorne das ganze Spiel Sehr kurioser Bosskampf Ganz ehrlich Wenn es schon was hier mit diesen Steinen zu tun hat Okay Gelb kann ich mir vorstellen ist Der Boss, der liegt Punkt Und das Grüne da oben Bin echt Das Graue sind In dem Moment Die Steine Jetzt gerade noch nicht Berührt sind Ha Muss ich echt schnell sein dafür Also dafür muss ich wirklich schnell sein Magt sich nicht Aber ich muss alle Steine berühren Alle Berührt Will er mich berühren Da kommt ein Orangener Na, hab ich jetzt abbekommen Okay Da der eine noch bei nein Dann war Passt das noch So Das hat nochmal Sean ausgerichtet Oh Gott Einen hat er Einen hat er Jetzt habe ich einen Den hat er wieder normalisiert Jetzt wurde er auch wieder normal Jetzt ist er unberührt Einen für mich Noch einen für mich Berühren sich Noch einer für mich Und das war der vierte Da war es nochmal mit dem Worst Kampf Was habe ich jetzt gekriegt? Auf Zehenspitzen gehen Halte Oder irgendwas Laufens Oder Es geht Zwei Das wird gedrückt Endlich auf Zehenspitzen Wo ist denn da ein Wettel der sind Vielleicht damit ich nicht Erwischt werden Kann von Irgendwelche Sachen Naja Schauen wir mal kurz her Wo habe ich denn nochmal Mit meinem Clugin Jetzt habe ich das Jetzt hat er Stoppt L Kleine Wettel B gut Wohin 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 du Meine Geduld geht langsam zu Ende. Äh, äh, ich arbeite daran, Uka-Uka. Hör mal, Crash, du hast zwar vielleicht Rocco überlistet, aber da, wo er herkommt, gibt es noch drei weitere Elementalmasken und zufällig sind sie alle bedeutend stärker. Ha, ich bezweifle nicht, dass sich das Wasser Elemental Wawa für immer besiegen wird. Ja, der Wasserknabe und ich werden dich außer Gefecht setzen. Uuuuuh, ich werde dich in Stücke reißen. Fragen muss ich mich das aber wohl nicht. Das war natürlich eigentlich klar, dass die Level zunehmend schwerer werden. Jetzt haben wir ihn hier.